Familien mit einem behinderten oder schwer kranken Kind müssen stets neu um ein integrierendes Familienleben ringen. Hier setzt die Alladin Stiftung an. Unsere Projekte beziehen immer die ganze Familie mit ein. Besonders die gesunden Geschwister dürfen nicht zu kurz kommen. Die Alladin Stiftung organisiert jährlich Herbstferienwochen für Familien mit schwer kranken oder behinderten Kindern. Ehrenamtliche und erfahrene Leiterinnen und Leiter begleiten und entlasten die Eltern und schenken der ganzen Familie eine gemeinsame Erlebniswelt. Auf Eltern von langzeithospitalisierten Kindern wartet die Alladin Wohnung nahe des Luzerner Kinderspitals. Der Heilungsprozess von Kindern verläuft schneller, wenn sie regelmäßig von den Eltern besucht werden. Im Alladin Zimmer des Kinderspitals Basel können sich Angehörige während eines längeren Spitalbesuchs beim Kind eine Ruhepause gönnen. Die Alladin Stiftung sucht zur Entlastung der Angehörigen von kleinen Patienten in verschiedenen Spitälen freiwilligen Erwachsenen, die sich gerne mit Kindern abgämmen. Alle Alladin Projekte werden mit Spendengeldern finanziert. Um ihr praxisbezogenes Angebot laufend ausbauen zu können, ist die Alladin Stiftung auf jede Hilfe angewiesen. Wir danken herzlich für ihre Unterstützung. Abonn ab. Bama 2m 1m 2m M sellen squaremore von den Fort congressinander. Bis zum nächsten Mal. Abonn abt.